Wir brauchen jetzt erstmal kurz ein Late-Game für Risen. Was ist der Dumm, Bro? Geh in die Tone, du Messgeburt! Oh mein Gott! Ja, das war anlackig heute. Ja, wie jede Woche. Ja, und deine Mutter! Ja, zack es! Ah, vielleicht wird das Video doch nur ne Viewing-Party, ja? Vielleicht wird das Video doch nur ne Viewing-Party von hier. Ich fasse es nicht. Oh, Vico, danke für den Big Big Baba Bubu-mäßigen. Und Flowey, danke für den 41. Es ist so anlackig, Chat. Also heute mit den Earns war anlackig. Sag ich so, wie es ist. Wir waren vielleicht daraus nur ne Viewing-Party. Also aus dem Video, das kann sein. Danach gehen wir in Reactions und dann in Lego mit der Community. Ja, was willst du denn erwarten, Bro? Natürlich hast du ihn nur ins Gesicht gespuckt, ist der doof. Aber Riesen hat schon einen Win, geil. Riesen hat schon einen Win, Chat. Riesen wird so gekillt. Trust me, Chat. Gleich stirbt er und schreit. Gleich stirbt er und schreit. Nur noch neun Builds. Acht Builds. Er muss halt rein. Er muss halt rein, Chat. Sonst ist er tot. Wette Schrei. Oh mein Gott. Ist der dumm. Er hat das Matt get so früh gepoppt, Chat. Oh no. Na, Rensari sind schon alle durch. Oh mein Gott. Er kriegt gar nichts. Er kriegt gar nichts. Er geht auf Heid, okay. Crazy Play. Crazy Play, Matt Heid. Er hat tot. Er hat tot. Er hat tot. Er hat tot. Wann gibt's die nächsten Customs? Weiß ich noch nicht. Nächste Woche wahrscheinlich. Oh, sind die alle scheiße. Oh ja. Genauso will ich das sehen. Mein Geschäftspartner, Chat. Mein Geschäftspartner. Ja, mein Geschäftspartner. Digga, so smart auch die Dings zu editieren. Digga, er macht 14 Kills. Das ist Mali Booker. Scheiße. Das ist gar nicht mein Geschäftspartner. Egal, was nicht ist, kann ich einfach hin. Wie krass Mali Booker auch ist, ne? Bitte. Digga, so crazy. Also, this is crazy, Chat. Bro, der hat tot viele Matt Kids. Warte mal, der hat 5 Matt Kids. Top 4, Chat. Er hat Cap-Mats. Er hat alles, ne? Also, wenn er nicht gewinnt, Chat, fresse ich Besen komplett. Also, wenn er nicht gewinnt, dann ist er der größte Noob. Noob. Wahrscheinlich, oder? Wahrscheinlich, oder? Digga, er geht für No-Scope-Clips. Er geht für No-Scope-Clips. Er geht für No-Scope-Clips, Chat. Ja, ja, schon wieder. Digga, ist der geistig. Also, der ist ja geistig, Chat. Also, der ist ja geistig. One-V-One. One-V-One. Und er hat noch keinen Sieg und er spielt so aggressiv, obwohl er drei Matt Kids hat, Chat. Er hat noch keinen Sieg und spielt so aggressiv. Er hat halt so gewonnen, ne? Ist ja der Wahnsinn. Wie doll er gewonnen hat. Er hat so gewonnen. Er hat so gewonnen, der Gegner hat so geselchert. Wow. 18-Kill-Win. Ähm, weg, ja. GG. Hä? No way. No way, verliert er, Chat. No way, verliert er! Ah! 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 GG! GG, Chat! No way! No way! Digga, aber der sagt auch noch, er hat ja so Karma kassiert. Er hat Flopper alles. Der Gegner hat einen Flopper alles. GG! GG! Hol die Dämonen raus! Hol die Dämonen raus! Ja, Bro, der hat aber auch sechs Mad Kids liegen lassen oder so, Chat, ne? Ist das geistergestört. Wir gehen erstmal auf Veno. Zeig mal her jetzt, Veno. Er hat noch keinen Win-Chat. Er hat noch keine 100 Dollar. Fast alle haben 100 Dollar außer er. Digga, Malibooker war verrückt. Dass der wirklich für No-Scope geht's anstelle von Win, das ist crazy. Der wollte halt einfach nur für ein cooles YouTube-Video gehen, ne? Das war so dumm. Ja, machst du gut, Veno. Drei Mad Kids hast du, mein Freund. Chat, mit der SMG kann man die best... Also, kann man am besten Wende replacen, by the way. Das ist die beste Waffe, um Wende zu replacen. Naja, Biggies muss er aber nicht mitnehmen, weil er Medaillon hat. Guck mal, jetzt zum Beispiel anstelle von Biggies nochmal Flopper dabei haben. Crazy. Oh mein Gott, hätte er den gepiest, ne? Schöne Rotation. Schöne Rotation. Oha. Oh, weh nur, alter. 40 Metz noch, Schatz. Oh, hinter der Cone chillen ist das Beste, was man machen kann. Ja, tut man, der Kitzler. No way, er misst. Nein, nein, du hast gemisst, Bro. No blank. Keine Metz mehr. What the? What the? Er kriegt keine Metz. Er hat keine Metz. What the? What the? Oh. Er macht ein neues Place. Er macht ein neues Place. Er macht ein neues Place. Er hat so viele Metz-Kids, er macht das richtig gut gerade. Er macht das richtig gut gerade, Chat. Bestes Movement EU-West gerade. Oh mein, äh, das war's. Er hat gewonnen. Wenn er nicht Storm-Signis bekommt, hat er gewonnen, Chat. Sag ich so, wie's ist. Digga-Veno. 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 Musste alles hier ertragen, nie mehr Hard Times, Hard Times